Können wir gerne machen, können wir gerne machen. Ich würde ja nicht so viele Chips weiter essen hier. Mann, aber dann hört ihr mich ja rumknappern. Was mache ich jetzt? Essen oder spielen? Essen oder spielen? Ach, keine Ahnung. Ähm, der ist bestimmt wieder in der Suftboote da hinten, oder? Ne, der ist bei Darko Bad wieder. Ähm, eins von beiden ist er immer. Das Herz von Team Light Vanny. Wie viele Herzen haben die eigentlich noch? Ähm, alter, bleib doch mal da. Ähm, mach mal halblang, ehrlich. So, die Chips habe ich immer noch an die Fingern. Ist doof, wenn ich immer in die Maus so reingehe, also je so und dann je so und ja, ist doof. Ähm, hier. Jetzt hat er mal meine Maus gesehen. Okay. Gehe jetzt im Brunnen oben auf dem Schloss. Auf dem Schloss. Ich meine, der ist im Schloss. Ich glaube, oben war ein Brunnen, genau. Genau. Na, dann wollen wir mal. Was hat er denn jetzt für uns? Merlin fragen? Hm. Ja, das ist schön für dich. Ähm, denn ich muss jetzt in Merlin. Ich mach jetzt mal kurz Pause hier. Ich muss mal kurz den Chips essen. Da bin ich wieder. Ey, ich muss alles sagen. Die Dinger hier, die sind super von lecker. Ich selten, ich wirklich selten, weil ich Chips esse. Wirklich selten. Ähm. Aber jetzt doch, ey, nachdem ich jetzt so lange keine Chips mehr gegessen habe, muss ich alles sagen. Du bist hier, schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Es ist ja schon ordentlich. Äh, Wasser aus dem vergessenen Land. Und Wasser aus den eisigen Höhen. Hm. Die Frage ist, wie transportiere ich das da hin? Ich gehe jetzt mal aus den eisigen Höhen. Ähm, wahrscheinlich hier. So. Haben wir das schon mal. Und das vergessene Land. Da. Da sind ja nur zwei Brunnen. Einer von beiden ist es. Aber jetzt bleibt die Scheiße noch in den Zehen stecken. Oh, Mann, der Meter. Super. Haben wir auch gleich gefunden. So. Setze das Herz wieder zusammen. Meine Güte, Luftarmadur, Alter. Ey. Okay. Ach, wir haben hier noch die Eier, wa? Stimmt, da war ja was. Ja, bei den Eiern, alles andere würde ich hier bei einer bestimmten Menge verkaufen. Aber bei den Eiern mache ich das lieber nicht. Ich weiß nicht, ich habe so mein Bauchgefühl, gesagt, die Eier werden, also ich werde diese Eier brauchen für mich. Hört sich irgendwie falsch an, aber, ähm, für irgendeine Mission. So. Hier. Okay, bringe Maui. Ja, hier ist es. Das ist okay, wahrscheinlich oben, ähm, genau, dachte ich, Schloss. Zum Schloss. Cool. Und im Schloss nimmt er wieder aufgetaucht. Wie kann denn das passieren? Na, indem ich aber Pause-Tazel gedrückt habe, damit ihr nicht mal den Weg sehen müsst. Das glaube ich ja auch immer seine Zeit. So. So. Eigentlich will ich nicht mit ihr sprechen. So lange gedauert. Das heißt, wir müssen so lange zurückgehen. Ähm. Keine Tür, die sich nochmal öffnen lässt. Ich habe so viele Dreamlights. Das ist echt nicht mehr normal. Wir haben ja, wir haben ja wieder zum Finaler noch was. Okay. Wo ist denn die Eier? Okay. Gehen wir mal da runter. Ich wollte gerade sagen, ich werde das mal die Eier sammeln. Nee, eigentlich nicht. Ja, immer noch. So, jetzt hast du alle deine Kuscheltiere. Haben wir die Mission ist ganz schön und heimlich mitgemacht. Nee, du bist mir im Besitz zu krank. Eier, Eier. Auf den Moment habe ich schon lange gewartet. Ja, ich werde, ich habe es ausgekostet. Ähm, ich habe zu viel Eier bekommen. Das reicht jetzt bis zu meinem Lebensende. So. So. Sprich mit Goofy. Der klebt ja irgendwie da draußen rum, wenn er sich jetzt nicht gerade wieder wegteleportiert hat. War der nicht gerade hier? Ähm. Nö, 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 nö. Okay. Versuche den Fisch zu fangen, den Goofy beim mystischen Riss am schillernden Strand gesehen hat. Okay, dann müssen wir runter. Der mystische Riss. Das war ja da unten in der Ecke gewesen, bei der letzten Insel. Deswegen nämlich jetzt mal... Mensch. Hier. Du kommst mit, du bist ja eh angeln. Nee, eigentlich nicht. Ähm, du bist eine Bergtante. Ich werde mal also noch gebrauchen hier, wenn wir mal wieder Erze abbauen. Eier. Eier, Eier, Eier. Gott, ich spreche wie meine Tochter. Meine Tochter spricht genau so. Ich glaube, ich muss mir diese Sprache abgewöhnen. So, hi. So. So. Ähm. Bringe die Löwin-Statue und den seltsamen Ursula. Pennt die schon wieder? Nö. Ist ja auch mal selben, dass die man nicht pennt. Immer wenn ich sie ja wollte, hat die gepennt. Stundenlang. So. Ja. Drei verschiedene Farben. Ja. So. Gott, die eine kann quatschen. So. Ähm. Nochmal. Ich habe das Gefühl, die Missionen hören ja gar nicht mal auf. Sammle. Gut. Ähm. Hilf dem Dorf. Ein Schwertfisch, eine Krabbe und ein Thunfisch. Die Frage ist, würde ich Ihnen nicht um." Sie sind wieめid. Ihr 깔끔iger screams anicie anzub ischü�äft. Sie haben bereits interessiert.